Ich bin Urs, Leiter des Schönsten Schaugarten im Zürich Oberland. Wir sind hier in der Gartenvilla im Antal. Wir haben bei uns sieben verschiedene Pools. Fünf von diesen Pools betreiben wir mit der Living Pool Technik. Living Pool Technik bedeutet chemiefreies Baden. Wir können das Wasser komplett ohne Chemie aufbereiten. Wir brauchen auch keine bepflanzte Regenerationzonen dazu. Sehen könnt ihr bei uns verschiedene Beckentypen. Wir haben Polypropylen Pools. Wir haben einen Edelstahl Pool. Einen Folien Pool. Einen Pool in Natursteinoptik, der mit Keramikplatten ausgekleidet ist. Wenn ihr mehr wissen wollt über unsere Pools, kommt vorbei auf ein unverbindliches Gespräch. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.